Abwechslungsreich, international, modern, coole Unternehmen und coole Mitstudierende. Das ist der Studiengang BWL-Industrie. Das Allercoolste an der DHBW in Lörrach ist meiner Meinung nach, dass man die Möglichkeit hat, in relativ kleinen Kursen mit anderen Studenten zu studieren. Und außerdem haben wir hier ein sehr breites Angebot an verschiedensten Studiengängen und auch im BWL-Industrie-Studiengang kann man auch an Kursen von anderen Studiengängen teilnehmen, um ein relativ breit gefächertes Wissen zu bekommen. Man sollte für ein BWL-Industrie-Studium auf jeden Fall eine gewisse Offenheit gegenüber Themen, die sich mit Wirtschaft und in erster Linie auch Industrieunternehmen beschäftigen, mitbringen und natürlich auch gerade für die Zeit an der Hochschule ein gewisses Maß an Fleiß und Motivation.